Hallo liebe Kinder! Willkommen zu Reiners Gute Nacht Musik. Unser heutiges Lied heißt So ein Krokodil. Ihr könnt mitspielen und mittanzen. Zu Beginn schwimmen wir mit dem Krokodil in einem großen Floss namens Rein. Lisa und Petro zeigen euch dann, wie es weitergeht. Anschließend zeigt euer gefährlichstes Krokodilsgesicht, das ihr machen könnt und wackelt ärgerlich mit eurem Zeigefinger. Uh, ihr könnt das aber schon ganz toll! Viel Spaß! Mitten auf dem Rhein, da schwimmt ein Krokodil, wackelt mit dem Schwanz, weiß nicht, was es will. Bitte gehen Sie rechts, bitte gehen Sie links, so ein Krokodil ist ein Schlimmes Dings! Mitten auf dem Rhein, da schwimmt ein Krokodil, wackelt mit dem Schwanz, weiß nicht, was es will. Bitte alle Bücken, bitte alle Bücken, bitte alle Strecken, bitte alle Strecken, so ein Krokodil kann sie sehr erschrecken. Mitten auf dem Rhein, da schwimmt ein Krokodil, wackelt mit dem Schwanz, weiß nicht, was es will. Mitten auf dem Rhein, da schwimmt ein Krokodil, wackelt mit dem Schwanz, weiß nicht, was es will. Mitten auf dem Rhein, da schwimmt ein Krokodil. 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 Vielen Dank.